Ach, welch schöner Abend heute. Ach, äh, hallo, Mr. Pyro-Manager. Ja, Mann, Jek. Na? Was ist cool denn hier? Ja, ich wollte gerade noch ein bisschen was einkaufen gehen. Ich auch, ich hab schon was einkaufen. Ja, dann, was hast du denn schönes eingekauft? Zeig mal her. So ein paar Vulkane, das ist jetzt nichts Besonderes. Oh, Glamorous, Vulkane? Von Leslie? Kann sein, ja. Ja, sollen wir die dann zünden gehen? Könnten wir eigentlich machen, oder? Ja. Dann auf geht's, auf geht's. LULS! So, ich korrigier mich nochmal von eben. Die sind nicht von Pyro-Art, sondern von... Äh, nee, nee. Du hast Leslie gesagt. Die sind nicht von Leslie, verfickte Scheiße. Die sind von Pyro-Art. LULS! Okay, wir haben hier drei verschiedene Farben. Einmal rot, einmal blau und einmal gelb. Keine Ahnung, kenn ich persönlich überhaupt nicht. Wir haben hier aber noch rot. Zweimal rot, ne? Achso. Ja. Die machen wir dann auf einmal gefächtet. Ja, genau. Fächtet. So, dann... Los geht's. Mit den lustigen Teilen. Fuck, Mann. Ja, der hat nicht richtig fokussiert, ne? Aber macht nichts. Man sieht das trotzdem ins Blut. So, jetzt der blaue. Das ist eher Silber. Das hat halt eine blaue Basis, ne? So ein bisschen. Ja, ja, Silber eher auch. Die Leute sparen den mal an diesem blauen oder so. Ja, das ist auch teuer in der Herstellung. Ja, komm. Mach einfach weiter. Jetzt gelb, ne? Genau, gelb. Lulz. WTF. Alter, das ist doch ein Witz. Der steigert ja sich nicht. Alter, die scheiße fokussiert nicht. Bei den Dungen. Echt. Na, man sieht das schon, ne? Ist halt ein bisschen leicht unscharf. Naja. Jetzt kommt noch der Fächer. So, Manager hat schon mal schön den Fächer vorbereitet. Dann darf er ihn noch ans. So, jetzt. Perfekt. Der mittlere steht schwer. Ja, der mittlere, der ist low. Aber der ist besser als der davor, ne? Ja, ich muss sagen, also Fazit jetzt, also an... Okay, der bringt den mal, ne? Fazit ist halt zu teuer, ne? Also für das, was man... Keine Ahnung, die sind auch nicht verarscht. Teuer, Alter. Echt. Ja. Ich weiß nicht, was ich bezahlt habe. Ich habe denen gesagt, macht mir ein überraschendes Paket für 100 Euro. So, aber die haben noch ordentlich reingepackt, die Ewig-Fächer. Der raucht, der ist stabil, ne? Alter, das ist wie Silvester, super, Alter, ja. Das ist doch Silvester-Maniac. Ja, es ist Silvester. Psst, psst, auswinker, auswinker. Psst, psst, auswinker, auswicorn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017